Am 17. Februar starten alle Kinder und Jugendlichen in die wohlverdienten Ferien. Die beliebte Semesterferienaktion der Stadtgemeinde Kapfenberg sorgt bei den Kids bis einschließlich 25. Februar wieder für viel Action und Spaß. Vom Tanzen über Tennis bis hin zum Klettern bietet man den jüngsten Kapfenbergerinnen und Kapfenbergern jede Menge sportliche Aktivitäten und das Ganze kostenlos. Sport, Sport, Sport. Heuer ist das Hauptaugenmerk wirklich nur auf den Sport gelegt. Kostenlos Eislaufen in der Kapfenberger Eishalle, kostenlos Schwimmen im Hallenbad. Ich habe einen Kletterkurs für Kinder dabei, die wirklich einmal schauen, wie das funktioniert. Sie können Fußball spielen, sie können Tenniskurse besuchen, sie können tanzen. Also ja, Sport ohne Ende. Diesmal mit dabei. Das gesamte Programm der Semesterferienaktion finden Sie auf der Website der Stadtgemeinde Kapfenberg. Zum Dr Untertitelung des ZDF, 2020